ja hallo heute bin ich mal mit einem kleinen kraft update nur da denn ich mache zu den großen designpapieren also zu den designpapieren mit den großen motiven ein video und das bin ich jetzt am bearbeiten das aber monster groß muss noch drei teilen also am freitag kommt das deshalb heute mein kleines kraft update wirklich nur ein kleines und zwar habe ich mir hier für meine stempel kissen habe ich mir jetzt auch nur der pass nicht doch da kommt daran gut okay mein fehler da habe ich mal extra manne aufbewahrung gemacht aber das ist ja verdammt klein und damit daran hier für die große und hier für die und dann kann man die nämlich so schön unterbringen ich denke mal wenn ich mir alle mal zusammen gesucht habe die reichen nicht da werde ich noch mehr machen wenn ihr wollt kann ich mal ein tutorial dazu machen ist nicht schwer ist echt nicht schwer hier habe ich eine dünne pappe ich weiß nicht kann man dazu sehen doch da habe ich mal die einzelnen umrandungen die einzelnen fächer gemacht die dann aufeinander geklebt und die gleiche pappe auch als box drumherum damit ich auch hinten eine rückwand habe denn ich mag nicht die da rein und dann fliegen sie hinten wieder raus das fände ich echt blöd und damit das alles noch einen kleinen sockel hat habe ich mir mit wellpappe mit vier schichten wellpappe ein sockel gebaut und dann das ganze mit designpapier beklebt ich liebe rosen ich kann nichts dafür überall tauchen jetzt bei mir rosen auf ja hier musste ich jetzt stückeln finde ich aber nicht so schlimm ja das war heute mal mein mini 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 kraft update ich könnte euch noch ja kann ich euch auch noch zeigen da müssen die aber weg das bekomme ich nicht ganz aufs bild nehme ich mal an ist auch noch nicht ganz fertig für meine für meine twin marker die packung ist jetzt nicht auf ihr wisst ihr selber die kann man dann drin versenken und zwischen so hinstellen ob ich da noch fächer rein mache ich glaube bald ja denn außer twin marker kann man ja auch andere stifter drin unterbringen und da hätte ich die mal ordentlich irgendwie sortiert hier habe ich einfach so ein das war der lange hobby karton von action den habe ich dafür genommen habe ich vier solche fächer aus einem blatt bekommen dazwischen aber auch immer zur verstärkung auch noch so karton 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 ihr habt und da passen die auch noch alle rein das ist optimal ich schätze nur nicht ich schätze anders zusammen kleben sollen da wären die nicht so verzogen obwohl der tut dem auch kein abbruch das hält einwandfrei ja und außen da werde ich noch verschönern da ist ja klar und wahrscheinlich mit röschen irgendwie so will ich schon auch noch zeigen wenn es fertig ist ja das war dann mein kleines kleines kraft update und aufs nächste video könnt ihr euch dann freuen mit einem großen design papieren und ich möchte noch mal daran erinnern an die verlosung die ich laufen habe da können da noch mitmachen war letzte video ich verlinke euch das noch in der infobox wäre schön wenn viele mitmachen ja und ansonsten ich sage tschüss